Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix, Episode, ich glaube, 16 ist das. Ich bin der Daniel, wir sind im Land des Drachen bei Mulan in der Welt und in der letzten Folge haben wir dort das Gebiet ausgekundschaftet und jetzt sollen wir hier hin zurück, um zu schauen, welche Aufgaben wir kriegen. Okay, es gibt drei Aufgaben, Präventivschlag, Gegenschlag und Suche. Dann fangen wir mit dem Präventivschlag an. Bei der Passierstelle wurden verdächtige Gestalten gesehen, seht dort schnell nach dem Rechten und besiegt den Feind. Okay, dann machen wir das jetzt. Drei kleine Missionen, bevor wir fortfahren können, beziehungsweise so fahren wir ja fort, aber wir müssen erst diese drei Missionen hier schaffen. Und dann fangen wir direkt mal mit diesen Magiern an. Sehr schön, Ping kriegt ein Level. Autsch. Und die Herzlosen kriegen aufs Maul. Win-Win-Situation, würde ich mal sagen. Zack. Und Autsch, das tat nicht gut. Neun Herzlose noch, acht noch. Kommt schon. Ihr seid doch nichts gegen das Schlüsselschwert. Kommt schon, zack, zack und weg mit dir. Der nächste Schatten durch weg. Und der letzte Herzlose ist da. Und da ist er auch schon wieder weg. Hervorant. Die erste Mission haben wir damit schon mal. Das habt ihr ja, äh, habt ihr ganz passabel erledigt. Na hör mal. Aber bleibt wachsam. Das ist der erste Anfang. Okay. Dann machen wir jetzt die nächste Mission. Chan-Liu ist in unser Land angefallen. Wir müssen ihn um jeden Preis stoppen. Der Gegenschlag. Eine Meute von Feinden bewegt sich auf die Passierstelle zu, haltet sie auf und achtet dabei auch auf seltsame Gegner. Okay. Dann machen wir die zweite Mission. Die Herzlose sind jetzt schon direkt da. Und hauen wir sofort wieder ab. Zack. Brennt. Ihr kleinen Teile. So. Und der ist auch weg. Die Magier mal eben ausschalten. Hopp. Da sind ja noch mehr. Zack. Zack. Und weg mit dir. Verdammt. Er hat noch ein bisschen. So. Oh, hallo. Wer bist du denn? Autsch. Das tat weh. Das tat weh. Zack. Geblockt. Und ausgenockt. Autsch. Das tat nicht so gut. Aber er ist fast down. Nein. Zack. Abgewehrt. Und weg ist er. Ach, das ist noch einer. Autsch. Zack. Zack. Wird's bald? Wird's. Könnt ihr mal aufhören, die selbe Attacke zu spammen? So wie ich immer. Danke. Zack. Na. Ich wollte gerade parieren. Danke. Der Typ ist schnell. Kann schon. Pariert. Und zack, zack, zack. Nein. Fand nicht funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Das auch nicht. Nein. Oh, Leute. Danke, dass du das machst. Genau in diesem Augenblick. Ach, geschafft. Das war die zweite Mission. Ich hoffe, die dritte ist nicht noch schwerer. Hm. Nicht schlecht. Jetzt bereitet euch für eure restlichen Aufgaben vor. Ich dachte, da ist nur noch eine. Aufgaben. Plural. Mindestens zwei. Ja. Sag's ganz halt das Gleiche. Äh. Es ist. Ja, ist immer noch eine Mission. Okay. Es sieht so aus, als wäre der Feind ins Lager eingefallen. Besiegt alle Gegner, auf die ihr trefft. Okay. Ich habe zwar alle auf der Passierstelle erledigt, aber... Fragt sich einer, wie die hier hingekommen sind. Wo sind sie? Ach, da ist einer. Komm her. Schatten durch. Aber es sind nur acht. Im Ernst. Zack, zack, zack. Ja, Mulan legt sich aufs Maul. Machst du weiter, Mulan? Dann wirst du ganz groß. So. Noch einer. Irgendwo. Ah. Ah. Hab dich gesehen. Haut der direkt wieder ab. Haut der direkt wieder ab. So. Noch vier. Und noch drei. Na? Ah. Ah, da hinten ist... Gott verdammt. So ein Geist. Äh, so ein Magier. Na, komm her. Autsch. Zack. Oh, noch einer. Zack, zack und zack. Das ist immer noch nicht down. Sehr schön gemacht, Goofy. Da ist der letzte. Das hatte ich halt nicht vor, aber... Okay. Zack. Autsch. Ausgeschaltet. Hervorragend. So, damit hätten wir die alle. Ja, das ist genau das, was ich von euch erwarte. Nun, auf euch warten immer noch einige Aufgaben. Bleib auf der Hut. Okay. Abilitamin. Erhöht zum Maximum AP. Okay. Ich glaube, wir haben gerade nach der Technik gelernt. Oder... Habe ich da nicht richtig hingesehen. Ähm, das habt ihr gut gemacht. Ach, ich wusste es. Hauptmann. Ich nehme an, du hast ein paar Fortschritte gemacht. Nicht ein paar, eine Menge. Nein, ihr habt recht, Hauptmann. Bitte, gebt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Kommt zu mir, wenn es losgehen kann. Denkt daran, das mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein, aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Seid auf der Hut. Jawohl. Okay. Dann machen wir das jetzt. Aber vorher möchte ich mich gerne noch equippen. Äh. Falsche Taste. Okay, so. Nee, haben wir noch nichts Neues gelernt. Ich dachte... Ach, stimmt, wir haben noch Stehaufmännchen. Dann, ähm... Durch den Abilitamin... Können wir... Ups. Können wir jetzt wieder... Stehaufmännchen... Äh, benutzen. Abilities... Nein. Sora. Anlegen. Hervorragend. Ach ja, das ging ja ganz schnell mit Dreieck. Okay. Nichts Neues hier. So, was müssen wir denn jetzt machen? Eure Aufgabe ist es, den Weg über den Gipfel zu sichern, damit unsere Kompanie unbeschadet passieren kann. Ich habe veranlasst, dass man euch zum Gipfel durchlässt. Enttäuscht mich nicht. Zum Gipfel, okay. Das sieht so aus, als müssen wir in die Richtung. Denn da ist ein dicker Berg. Also, zur Passierstelle. Hier gibt es ja drei Ausgänge. Der eine da hinten scheint zu zu sein. Also können wir dann hier durch, aber als erstes machen wir die hier platt. Zack. Komm her. Klapper, Soldat. Oh, jetzt haben wir was gelernt. Okay. Hey. Na. Ich dachte, Gufi hätte dich platt gemacht. Hat er wohl nicht hingekriegt. Da habe ich dich platt gemacht. Okay. Dann auf zum Gipfel. Da gehen wir hinauf. Ach nee. Eine Wand. Aus Stein. Im Ernst. Eine Blockade. Schnell zum Berggipfel. Sieh zu, dass die Moralleiste nicht auf Null sinkt. Hervorragend. Schon wieder. Yay. Diese Moralleiste. Wozu? Unnötig. Bis zum geht nicht mehr. Nur weil Mulan, äh, ich meine Peng, nichts drauf hat. Ach ja. Zack. Und den auch noch ausschalten. Zack. Hätten wir die. Zerstören wir noch diese Wand. So. Da haben wir eine Kiste. Eine Kiste. Und hier haben wir den, die wir ausgeschaltet haben. Plus den, den wir ausgeschaltet haben. Und können dafür jetzt die Kiste öffnen. Donnersplitter. Okay. Ich glaube, hier konnte man auch hoch. Ja. Und da oben ist auch noch eine Kiste. Und Herzlose. Und Herzlose natürlich auch. Wer hätte es gedacht? Autsch. Autsch. Das hier herzlose sind. Erlebt er noch? Ach, da ist er. Autsch. Da ist er. Und da laufe ich da genau in die Attacke rein. Hallo. Kannst du aufhören, mich anzugreifen? Bitte? Ich hatte nichts getan. Jetzt habe ich hier was getan. So, ein bisschen Moral hier einsammeln. Dann die Kiste eröffnen. Mithril-Splitter. Hopp. Noch mehr, Herzlose. Zack, zack. Klappersoldaten. Ihr macht hier gar nichts. Autsch. Außer mir hier zu tun. Schön gemacht, Goofy. Schön die Moral hier einsammeln. So. Hoch. Und noch zwei Kisten hier. Und ein paar Klappersoldaten. Na, Zyklon, Zyklon, Zyklon. Nein. Nein. Das war knapp. Ach. Verdammt, jetzt habe ich die nur geöffnet. Ich habe gerade nicht gesehen, was wir gekriegt haben. Nicht darauf geachtet. Zack. Okay. Ausgeschaltet. Sehr schön. Moral nehmen, Moral nehmen, Moral nehmen. So. Zack. Was haben wir hier drin? Einen Äther. Okay. Die nächste Wand. Und der nächste. Ach, ne. Der dicke Mann. Der dicke Mann hier. Au. Ne, ne, ne. Das sieht nicht gut aus. Ach, Feuer war so. Eis. Eis. Nein. Bitte nicht. Eis. Ja, schnell, schnell, schnell. Die ganze Moral aufsammeln. Die er noch ist. Nein. Zack, zack, zack. Och. Ich bin ja fast down von der Moral. Ich habe ja fast gar nichts mehr. Och, Mulan, was ist los mit dir? Oh, ich hoffe, ich schaffe, ich schaffe. Geht die ganze Zeit runter? Wie geht der die ganze Zeit runter? Schnell. Nein. Och, ne. Okay. Ich glaube, ich muss alles nochmal machen. Wir sehen uns gleich, wenn ich wieder an der Stelle bin. So, und dann bin ich auch schon wieder. Diesmal hoffe ich natürlich, dass die Moral nicht so schnell runter geht. Okay, das war's wohl. Das habe ich natürlich nicht. Ah, gewollt. Komm schon. Na. Junge. Ne, falsche. Komm schon. Stirb. So. Haben wir den. Ach, da ist noch einer. Die Wand ist kaputt. So. Und zack. Autsch. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Uh. Ihr habt den ausgeschaltet. Okay. Sehr schön. So. Moral. Moral, alles aufsammeln. Auf geht's zum nächsten Gebiet. Hoffentlich muss ich jetzt hier nicht wieder auf meine Moral achten. Ne. Diesmal nicht. Alle Achtung. Du machst. Du machst dich. Du magst dich. Mhm. Genau. Ein Vorbild von einem Mann. Aber wenn die wüssten. Danke. 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 Aber der Hauptmann. Hauptmann. Ah, da ist er. Hallo. Wie geht's? Alles fit im Schritt? Ping hat sich wacker geschlagen. Das kannst du laut sagen. Hm. Gut. Ich lasse ihn meiner Einheit beitreten. Aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass er das Zeug hat. Äh, zu einem echten Soldaten hat. Warum nicht? Schon gut, Sora. Ich finde es schon einen Weg, mich dem Hauptmann zu beweisen. Ich brauche nur die Gelegenheit dazu. Die Einstellung lobe ich mir, Ping. Jawohl. Okay. Und da geht er jetzt den Gipfel hoch, den wir so mühsam freigeschlagen haben. Immer so weiter, Ping. Danke. Wir sind gerade wiedergekommen, uns nochmal zu danken. Komische Vögel. So, die Frage ist, was passiert jetzt? Ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm. Oh. Ein neues Lager. Oder ist das ein Dorf? Das sieht ja eher wie ein Dorf aus, weil das ja feste Häuser sind. Also gut, Mädchen. Hier hast du deine Gelegenheit. Ich habe da gerade diesen üblen Kerl gesehen. Das war ganz sicher, Shan Yu. Shan Yu? Das ist der Anführer der Hunenarmee. Das müssen wir den Hauptmann berichten. Genau. Moment, Moment, Moment. Lasst uns alle mal unsere Köpfe benutzen. Äh. Also, warum sind wir hier? Doch wohl, um den Hauptmann Mulans, äh, ich meine, Pings Talente aufzuzeigen und ihrer Familie Ruhm und Ehre einzubringen. Ja, sehe ich genauso. Also, lasst uns Shan Yu auf eigene Faust suchen gehen. Und wer weiß, mit etwas Glück können wir ihn vielleicht sogar endgültig absolvieren. Obwohl wir uns auch schon unsere Lobbären verdienen, wenn wir ihn nur aufspüren. Davon wird Hauptmann Muskelprotz einfach Notiz nehmen müssen. Hm. Gut. Lasst uns gehen. Wir helfen gerne mit. Dann kannst du ja jetzt rund gehen. Shan Yu ist in einer Höhle außerhalb des Dorfs. Okay. Ich schätze mal, wir müssen diesen Weg dann da hoch. In die Höhle. Okay, wir haben die Karte vom Berg bekommen. Und ich glaube, hier in der Nähe ist doch irgendwo ein Speicherpunkt. Sieht auf jeden Fall so aus. Hier ist ein Mugel. Kann ich mir ein paar Potions bei dir kaufen, Junge? Potion. Komm, wir haben ein paar Taler. Da kaufen wir uns mal zehn Stück von. Na komm, kaufen wir uns fünf. Die reichen. So viel Geld habe ich auch wieder nicht. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir spüren. Wie heißt der Nummer? Shan Yu? Shan Yu auf. Ja, hervorragend. Gut, bis dahin. Ciao. была ν T-T-T-T-H